Wollt ihr günstige, sichere und schnelle FIFA 15 Ultimate Team Coins? Dann schaut bei unserem Sponsor vorbei, fifacoins.de Und wenn ihr den Coupon TZ eingibt, bekommt ihr noch 5% Rabatt. So, noch ein Paket für mich jetzt. Kekse! Kekse! Und wieder das Rad der Hölle dreht sich. Und es ist die Nerf Gun. Oh nein. Nerf Gun in die Fratze, Leute. So, Leute. 3 Schuze in die Fratze. Genau aufs Nasenloch. Genau aufs Nasenloch. Die kann ein Tonspielzeug für Kinder eigentlich sein. Alter, ich hab den Coupon TZ. Ich kann's... Leute, oben hier. Ich zeig's euch mal. Kimme und Korn anvisieren und dann Abfahrt. Alter, du Wichser. Zweimal auf dieselbe Stelle. Ich fahr kurz auf die Super Slow Motion Cam. So, Leute. Von hinten sieht's ungefähr so aus. Geil. Einfach nur geil. Leute, das weiß Timo auch nicht. Ich war früher, mein frühere Leben war ich Scharfschütze. Aber jetzt bist du fertig, mein Freund. So. Was für ein Monsterpaket eigentlich, gell? So. Gebt mir das dick. Ich möchte mich ein bisschen in Ruhe bringen. So, komm, Leute. Ich muss nachlegen. Mein erstes Paket, Leute. Ich muss nachlegen. Ich muss. Ich muss. Traurig. Und jetzt wieder, Leute. Paket Nummer zwei. Paket Nummer zwei. Paket Nummer zwei. Das ist dritte Paket Nummer zwei. Oh. Oh, Richard. So abgebaut, der Mann, ey. Brauchst du am Kopf da dazugelegt. Komm, Leute. Mein letztes Paket jetzt, Leute. Mein letztes Paket für diese Runde natürlich. Paket Nummer drei. Ich muss ablegen. Nein, ich muss Chip'n Dale machen. Es gibt ein Dale. Deswegen war es nichts. Ich konnte mich retten, Leute. Ich konnte mich über drei Pakete hinweg retten. Und jetzt ist die Gefahr groß, dass jetzt wieder was kommt, Leute. Die Gefahr ist groß. Waren drei Pakete so scheißlaut. So, ich habe mal wieder einen Hassad vorne drauf. Ich habe einen Hassad vorne drauf, Leute. Was ist drin? Komm, Junge. Komm, Junge. Komm, Junge. Komm, Junge. So, mein zweites Paket. David, David. David, Rallabar. 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 Rallabar ist drauf. Und was ist drin? 75. So, Leute. Mein letztes Paket jetzt für die Runde. David, Alaba ist drauf. Ich gebe mir einen roten Schein von unten. Es sieht ein bisschen gefährlicher aus. Und was ist denn? Hä? Stark. Scheiße, jetzt hast du wieder drei. Und man, schon sechs Pakete hintereinander zu laufen. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit jetzt genau um 33,3 Prozent, Leute. Wir haben uns hier reingehackt. Wir sind voll dabei. Wir waren die Hacker von PSN. Ich kann euch sagen, zu 77,7. 7, 7, 7, 7. Periode? Periode. Kommt jetzt irgendwann in meinen drei Paketen ein Spieler über 83. Und wann es so ist, dann nennt mich schon der Professor FIFA. Oh, jetzt ist das, wie? Oh, jetzt ist das. Doppelbestrafung. Doppelbestrafung. Habt ihr den Zug erzeugt, Leute? BUUUM! 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 In einem normalen Paket, Leute, gibt's die Doppelbestrafung. Das kann doch nicht wahr sein. Ich rass raus, Leute! Das kann doch nicht sein! So, mein Astrid, wir gucken mal, was er bringt. Komm, für so einen Schrott. Oh, das ist süß. Ich bin Professor FIFA, Leute. Und Tegir. Oh, okay, süß, süß. So, Leute. Dann würde ich sagen, du gebe ich mich mal ins Rad der Hölle. Gott. An deiner Stelle würde ich, und ich hab noch zwei Pakete, Leute. Ich hab noch zwei Pakete. An Simon seiner Stelle würde ich jetzt vielleicht einfach mal beten. Es ist die NAFGAR! Ja, wir haben sie jetzt auch. Achtung, und weiter geht's. Und heute kommt es zur Primäre. Ach du Scheiße! Es ist die elektrische Fliege. Nein! Nein! Boom! Nein! Nein! Primäre bei Tissi Schube! Nein! Mit was möchtest du nur anfangen? Na, wie? Fuck, Alter, ich hab vor dem anderen Ding, Asti, Angst! So, Leute. Also, dass ihr es auch seht, dass wir hier kein Beschiss machen. Hier ist was etwas leitendes. Ein Metallstab. Der wird hier eingeführt. So. Schön kurzgeschlossen alles. Und dann gibt's einen Piepser. Und ich zeig euch den Piepser. Grün, die Lampe ist grün. Na! So, aber wir fangen heute wieder NAFGAR an. Ich hab die Brille her. Leute, hier bei Schubech regnet es gerade. Seht ihr die Angst bei einem Simon? Ich hab die Brille. Ich hab die Augen zu. Mhm. Schöne Nummer 1. Fuck, ich zock. Wieder auf die gleiche Stelle. Oh, Leute, den letzten hau ich auf die Nase. Ah! Oberlippe! Oh! Leute, ich kann nicht mehr vorlachen. Ich kann nicht mehr. Weil jetzt kommt das Highlight bei TZ Schuhwächt. Steck dein Denken... Ich lass doch den Knopf weg. Ich hab Assi Angst, ne? Okay. Okay. Leute... Hey, was ist denn die Klatsche gerade, oder? Du gibst Kommando an. Ne, mach du einfach. Ja. Ich hab echt Angst davor. Ich weiß, dass man die zum Moskito-Töten benutzt. Die funktioniert nicht, wann es kurz geschlossen ist, Leute. Das heißt, Simon muss die Hand auflegen. Wir haben es wirklich schon nie getestet. Aber anscheinend, wenn man jetzt irgendwie kurz schließt, funktioniert die Palette schon nicht. Also muss die Hand einfach oben drauf... Oder an den Finger, oder wie du willst. Ah! Alter, fuck! Ah! Leute, es ist passiert. Ah! Und ich glaube, es tut tatsächlich weh. Alle, wie zoppelt es. Ah! Oh! Das ist gut, weil ich hab einfach verdammt Angst, und wenn jetzt was nächstes kommt, dann muss ich, glaube ich, den Hörer drücken und muss anrufen. Also heute ist ja echt heftig. Ich halte die Nummer schon mal bereit, weil danach bin ich tot. Paket Nummer zwei, Leute. Oh! Der Rolex-Puffon ist da. Ey, Leute, ich zitter noch. Ganz ehrlich, ich zitter noch, ne? Und der Oberlippeschuss von diesem scheiß Nerv-Ding, das tut so weh. Was ist das, ey? Ich sag auch, das ist für Kinder, das kann ich mich schon mal verbieten. Letztes Paket, Leute. Letztes Paket. Leute, ganz ehrlich, ich zitter, ne? Letztes Paket. Schnell! Letztes Paket! Ah! Ah! Lustig, Alter. Ich fand's nicht lustig, Junge. Ich fand's überhaupt nicht lustig. Leute, es läuft gerade so gut. Wir machen einfach noch eine Zusatzrunde. Noch eine Zusatzrunde, komm. Messi drauf, Messi drauf, Messi drauf und nix. Elche, Ruh, Elia. Wie ich's aber noch berechnet hab. Wie ich's noch berechnet hab. Das ist ja nicht normal, Leute. Ich hab's berechnet, Leute. Wie muss man nennen? Doktor Fifa? Professor Fifa bin ich. Ich bin schon mehr als ein Doktor. Komm, Grießmann, komm, Grießmann. Ich hab gar keine Angst, weil laut meinen Brechung, Leute, kann gar nicht mehr passieren. Der Oblechschuss, der war... Oh, nein. Es kann nix passieren, Leute. Ich zitter überhaupt nicht. Es kann nix passieren. Fahre ich komplett ab. Ich muss ein Zeichnetz an EA. Sorry, ey. Funkspruch an EA. Vielleicht soll ich kurz EA anrufen. Bringt nix. Vielleicht soll ich sie kurz anrufen, einfach. Ich hab berechnet. Nein! Aber war Joa. So, Leute. Die schwarze Perle, aber der bringt nix, ne? Professor Fifa. Moment. Zieht's. Seine Nächsten. Ich muss erst jetzt, wann das Paket gezogen ist, Leute. Wann das Paket gezogen ist, äh, gezogen ist, kann ich mal eine neue Theorie aufstellen. Aber so weit jetzt. Müssen wir erstmal abwarten. Boah. Okay, Leute. Jetzt kann ich euch sagen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, Leute, was jetzt passiert. Wenn du sagst, haust du dir die Leute raus, was passiert. Zu 99,9 Prozent. So, sag Professor Fifa, kommen die nächsten zwei Pakete ein Spieler über 83. Ist. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, Leute. Ich bin Professor Fifa. Oh, fuck. Vielleicht hat sich Professor Fifa und seine Daten gel... ...getäuscht. Ich hoffe, er hat sich getäuscht. Vielleicht hab ich mich verrechnet. Ich muss noch mal kurz auf meine Tafel gucken. Moment, Leute. Ich muss noch mal kurz nachrechnen. Oh, ein Hassard. Das ist ein Hassard-Paket. Das steigert die Bilanz. Nee, nee. Ich hab'n Fehler. Ich hab'n Fehler meiner Rechnung. Nur noch zu 20 Prozent, Leute. Zu 20 Prozent. Ich hab'n Fehler meiner Rechnung. Ich hab's gesehen. Zu 20 Prozent. Simon kann sich eigentlich schon gut entspannen. Oh, das ist Racki und Gänse. Puuuuh. Ah, das ist halt doch kein Rettungsfehler bei mir. Professor Fifa. Puuuuh. 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 Ihr Leute. Ihr Leute. Bei dir, Leute. Bei dir läuft. Bei dir läuft wieder Schnaps bei einem Alkoholiker, Alter. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Leute, ich bin voll im System. Ich bin im System drin. Und das auch mit einem 85er direkt. So, Leute. Hier ist wieder einmal das Rad der Hölle. Ich glaub, von diesem Geräusch kriegt Simon heute Nacht Albträume. Was ist es? Was ist es? Yay! Es sind die legendären... Ohr-Schnipper. Richtig! Drei Stück an der Zahl gibt's. Boah. Drei Stück an der Zahl gibt's. Und meine Ohre sind eh noch nervös von den Klammern, Freund. So, Leute. So, Leute. So, Leute. Ich bin da. Komm. Ich geb dir jetzt drei Auschnippen für Herr Schumensch. Trink mal's hinter uns. Oh, die sind echt noch vorgerötet. Aaaaaaiiii. Ja, die sind lang nicht mehr. Zwei. Aaaaaaiiii. Und jetzt 10 anlaut mit, Leute. Drei. Boah. Du hast denn mal etwa genau eine Muschel. In die Muschel. Denkt dran, Leute, an einer unserer ersten Videos. Immer Satz des Pythagoras anwenden nach Ohr. Und genau den Winkel benutzen. Machen wir hier ja noch drei, oder? Ich bin dabei. So, gut. Leute, ich brauch noch was. Ich brauch noch was. Meine Berechnung für dich ziehen jetzt ab. hoch für die nächsten drei pakete na ja eigentlich sind sie bei mir niedrig ich bin hoch schon nachgerechnet so leute noch zwei pakete ob ich musste weil ich kann mich so nicht verabschiedet dass der jetzt nichts mehr gekriegt hat und muss danach wenn jetzt nichts kommt noch drei dinge überstehen nein oliver scheruhr und dahinter könnt vielleicht akzeptabel warum kann er nicht einfach die maria drin sein kommen noch ein paket noch ein paket sieben seine wahrscheinlichkeit steigt unter zwei prozent leute unter zwei prozent so die letzten drei pakete moment ich muss erst mal kurz nachrechnen wie hoch die wahrscheinlichkeit ist es gibt es nicht alles klar die wahrscheinlichkeit ist hoch die wahrscheinlichkeit dass jetzt wieder ein spieler über 83 kommt nach meiner wahrscheinlichkeit rechnung sind 66,6 prozent dann fangen wir mit paket nummer eins an leute paket nummer eins und simon hothead abends ich spür es ohhhhhh müke tarjan müke 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 ein gutes sniper aiaiaiaiaiaiai wenn ich so einen scheiß glänzende bastard spieler sehe kriege ich in angst so leute aber meine wahrscheinlichkeit steigt jetzt sie steigt das ist das vorwärme von ea um die spannung zu halten jetzt paket nummer zwei für einen simon und es ist ohhhhhh trapp kevin trapp so leute und timo sein letztes paket und alaba in alaba verheißt aber eigentlich nie was gutes skindale freunde skindale ja und torres guck ich gar nicht so leute das pack opening haben wir überstanden es war heute asozialst heftig ganz ehrlich es war richtig richtig heftig leute ich würde sagen wir sind draußen ne wir freuen uns auf ein neues jahr 2015 mit euch leute genau ich würde sagen haut rein ne ich würde gerne auch wirklich nochmal sagen vielen dank leute wir haben das alles dank euch gepackt wo wir jetzt schon sind nach drei monaten bei dreieinhalb tausend abonnenten das ist uns wirklich sehr viel wert und wir bleiben dran wir hoffen wirklich dass ihr uns weiterhin so unterstützt dass ihr auch weiterhin dranbleiben ne genau und uns euren freunden zeigt teilt dass wir größer werden mit euch und umso krasser werden natürlich die wetten hier bei tcchubech und leute vergesst nicht schreibt uns auf jeden fall weiter wetten drunter fürs weib die nehmen wir alle mit was geiles ne schreibt uns drunter ihr seid die geilsten tschau 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 tschau